Es ist mal wieder Zeit für Zeldas Bureau Tracks Wenn da geht's Hier bei Zelda Prozess in Zelda Dienes im Land und seinen Bürgern mit Fleiß Wow Lokführer Diplom Vollwertiger Lokführer Awesome Jetzt geht's rund hier Jetzt bitte nach, zeig es nicht den Minister Und wenn doch Verzieh dich goblen Du bist fertig Polier deinen Lok oder polier deinen Lok oder doch Natürlich Der macht mir voll Angst Da ich, dass er so klein ist Find ich's wiederum lustig Okay Ist das mein Thron? Lass mich durchspacken Natürlich war's ein Liebesbrief Äh, wer ist denn das? Da! Verzeih dass ich dich so Umrumpel Überrumpelt Ich habe deine Bitte Und ich steige auf die Terrasse Schlosses Überrühre das Karten Symbol unten Du kannst auch auf der Kartennotizen Und komm zu mir Ohne dass ich die Wachen entdeckte Zähl Aha Ah 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 Wscht Das sind meine awesome Droid Skills Da muss ich hin Da Genau Genau Hier So Perfekt Okay Du kannst auf der Ja, ja, ist sie gut Hab ich auch Find ich jetzt schon auf Anhieb Dürfen die mich sehen? Glaube nicht Oh my fucking god Nein Nein, wie schwierig Zweiter Stork Und nun Der ist der Hutstor Oh Dritter Stork Sieht aber romantisch aus Oh Carina ist anscheinend Auch nicht mehr so originell Hast du dich mit gesehen? Hast du dich mit gesehen? Hm Bring mich bitte zum Turm, du Götter Du weißt sicher, dass der Turm ein wichtiges Symbol dieses Krösreiches ist Natürlich weiß ich das Der Minister lässt mich nicht nur außen aus Sicherheitsgründen, aber das ist nicht der wahre Grund, denke ich Er verwirkt irgendetwas Gut Danke, okay Uh Rekrutenuniform Wow Cool Wieder die alten Gedanken und so Die alten Zeiten Und das Mittagessen Ha Ah Beihil dich bitte Alter, das ging aber schnell Liegt bestimmt ein Japaner, die können das alles so, die haben auch alle was besonderes drauf Passt dir wie angegossen jetzt schnell, bevor die Bachmanns sehen Der hat auch coole Augenbrauen Seinen Augenbrauen kann man durch die Haare sehen Oh Ist das stylisch Können wir auch so vor wie der kleine Gnom Oh nein Wenn die mich sehen, dann müssten die mich eigentlich rausschmeißen Und so gesehen wäre das ein schöner Was ist das denn? Ich berühre das Symbol zu meinen Füßen und zeichne eine Linie Heißt das? Ich kann die gerade so voll zum Affen machen Call Klar Bisschen weit gekommen Halt die Schnauze Müsst die jetzt vorlaufen oder wie sehe ich das? Laufschlampe Nein, lauf, lauf 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 Go, go, go Sieht zu, dass du Land gewinnst Oh shit Oh shit Ich muss nicht so einen Backstep geben Lauf 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 Was? Wie, äh, öh, bl Das ist aber nicht nett so es muss klappen das könnte klappen laufprinzesse ein arsch schaden kaum wie noch mal versuchen shit sehr gut jetzt lauf weiter ja klar Blöde Kuh. Da, 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 da. Go-Prozesse. Shit, shit, shit. Oh nein, 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 das wollte ich doch gar nicht. Du blöde Schlampe. Ah. So, jetzt schaffe ich's. Nach da, nach da, nach da, nach da. You can do it. Du bist Britens Got Talent. Go, go, go. Los, 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 los. Whoop. Nein, einfach. Hm. Du bist ja tot. Du musst ihn ablenken, damit er woanders hinzieht. Okay, zeichne er dann eine Linie für mich, damit ich an die Linie vorbeischneiden kann. Okay. Entschuldigung. Hm. Es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter, denn... Wir haben keine Zeit mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.